Neue Facebook-Updates kommen im Dezember 2024 und die haben gravierende Folgen für Network-Marketing, für Vertriebspartner, die möchte ich dir zeigen in dieser kurzen Präsentation. Ich zeige dir jetzt gleich einige neue Funktionen und zum Verständnis, was sehr, sehr wichtig ist, auch wenn du diese Funktionen niemals benutzt, es ist sehr, sehr wichtig, was ich dir in der letzten Folie zeige, weil es gibt einen ganz speziellen Grund, warum Facebook das macht, der nicht augenscheinlich ist, aber der genau dazu führt, dass du neue Kunden, neue Partner im Network-Marketing gewinnst. Also auch wenn du jetzt bei der ersten Funktion schon sagst, okay, werde ich nie nutzen, bleib dran, weil am Schluss zeige ich dir genau, warum das so ist und wie du dadurch eben neue Partner generierst. Die erste Funktion ist diese hier und zwar es handelt sich um eine Funktion im Messenger. Das heißt, im Facebook-Messenger kann man einen Hintergrund erstellen, aber nicht so, wie du das bisher gewohnt bist, sondern man kann hier durch die künstliche Intelligenz, durch die KI, kann man automatisch sehr, sehr persönliche und sehr eindrucksvolle, wie ich finde, Hintergründe erstellen. Und das kann sein, ja, für eine Geburtstagsfeier, was auch immer, etc. Mit dem Hintergrund signalisierst du auch gleichzeitig der KI, um was es geht und das hat wieder Auswirkungen, das, was ich dir am Schluss dann hinten zeige. Natürlich kannst du das für die Partnergewinnung und so weiter auch sehr, sehr gut steuern und vor allem ist es für mich ein Vorteil, weil wenn dein Hintergrund selbst nicht passt, ja, weil du gerade in einem umlaufgeräumten Zimmer bist, dann kannst du hier mit dem Hintergrund sehr, sehr gut was machen. Aber das ist nicht der Grund, warum du die Partner gewinnst, aber diese Funktion kommt im Dezember 2024, wird dann bei dir freigeschaltet. Dann haben wir hier die Funktion und zwar auch eine Messenger-Funktion und zwar drei Funktionen sind es eigentlich, einmal die HD-Funktion, dabei ist wichtig zu wissen, HD ist nicht standardmäßig bei dir eingeschaltet, sondern in deinem Messenger gibt es die Settings, die Einstellungen und dort hast du dann eben die Funktion HD und das Tolle dran ist noch an dieser Geschichte, du kennst es manchmal, man hat Hintergrundgeräusche irgendwo, die Kinder oder ja, vielleicht Autos, was auch immer und diese Hintergrundgeräusche, die kann man automatisch abschalten, man kann sie muten und dadurch passiert eine sogenannte Stimmisolierung. Das heißt, deine Stimme wird hervorgehoben, du kannst die Stimme auch noch ein bisschen steuern, du kannst sagen, okay, den Klang noch ein bisschen verändern, also ich will jetzt nicht eine Mickey-Maus-Stimme draus machen, das ist nicht damit gemeint, sondern dass du einfach dieses Tool nutzt. Und nochmal, ich sage es dazu, wenn du diese Funktion niemals nutzt, es hat massive Auswirkungen, die ich dir am Schluss dann auch zeigen werde und beweisen werde. Videonachrichten, das heißt zum Beispiel, du machst jetzt einen Anruf und ja, reichst die Person nicht, kann passieren, und dann willst du einfach eine Nachricht schicken. Also einerseits, du kennst das, du kannst eine Audionachricht schicken, das denke ich, das ist schon bekannt und das Zweite ist, dass du jetzt auch Videonachrichten schicken kannst. Das heißt, du nimmst einfach ein kurzes Video auf, du kennst das wie von WhatsApp, und kannst diese Nachricht schicken. Und merke dir diese Funktionen, wenn ich dir dann zeige, warum Facebook das macht, weil hier viele, viele Informationen übermittelt werden, die Facebook für etwas anderes nutzt, nämlich für dein Business, für dein Network-Marketing-Business. Und dann ist es noch so, Anrufe und Nachrichten ohne Hände, also ich hoffe, du hast Hände, was ich damit meine ist, dass du zum Beispiel, wenn du gerade irgendwas machst, wenn du die Hände nicht frei hast oder beim Autofahren, was auch immer, dann kannst du einfach sagen, rufe zum Beispiel, rufe jetzt in dem Fall Kassandra an oder rufe Kassandra an im Messenger und teile dieses und jenes mit. Das heißt, du kannst das wirklich einfach so machen. Das alles wird dazu führen, ich zeige dir nochmal die Funktionen und dann sage ich dir, warum das macht und was es bringt, der Hintergrund, dass die Leute einen anderen Hintergrund haben, dann die Funktion mit HD, dass man die Hintergrundgeräusche, Stimmenisolierung hat, dann die Videonachrichten und natürlich auch die Anrufe und Nachrichten ohne Hände, wird dazu führen, dass viel, viel mehr als den Messenger benutzen werden. Und jetzt kommen wir zu dem wichtigen Part für dich, warum macht das Facebook? Facebook ist keine, das weißt du, gemeinnützige Organisation, sondern die haben wirklich etwas vor damit. Und zwar, all diese Daten dienen dazu, dass die künstliche Intelligenz trainiert wird. Das heißt, wir haben verschiedenste Informationen, die da von A nach B gehen, logischerweise. Das heißt, mit einer Videonachricht oder mit einem Anruf oder mit einem Text. Und Facebook liest diese Texte, liest es genau und weiß jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt, egal welchen Grund der Anruf hat, wenn du da drinnen sagst in dem Anruf, ja, weißt du, ich bin schon urlaubsreif, ich möchte eigentlich gerne mal nach Spanien fahren und so weiter. Facebook, die KI lernt das, trainiert das. Und wenn du das sagst, wirst du dich wundern, weil in deinem Feed, in deinem Facebook-Feed, tauchen dann auf einmal, auf einmal, zufällig, Postings auf, wo es geht um Tipps für einen Spanienurlaub, Facebook-Gruppen tauchen auf, die das genau können. Und das ist Wahnsinn, was da passiert. Das heißt, Facebook nutzt diese Daten, um deinen News-Feed, also um dein Facebook persönlich zu machen, personalisiert zu machen. Und hast du schon mal überlegt, was das für Network Marketing bedeutet, weil die KI erkennt, genau wenn jemand sagt, okay, ich würde gerne ins Network Marketing einsteigen. Oder es kann schon einen Step früher sein, die Person weiß noch gar nicht, dass es Network Marketing gibt, sagt aber zur Freundin, du, ja, mit dem Geld ist derzeit ein bisschen knapp bei uns und so weiter. Und wenn, die KI versteht das genau, was die Person meint. Und wenn diese Person zum Beispiel offen ist, dann kommt der nächste Step. Und dann sieht sie auf einmal Postings zum Thema Geld verdienen, dann auf einmal sieht sie Postings, wie sie das nebenbei machen kann und so weiter. Und sie sagt dann zum Beispiel auch, oder schreibt es in einer Nachricht, dass sie sagt, ja, aber Facebook zum Beispiel ist für mich nichts, weil dann muss man sich immer zeigen mit Videos, mit Live-Videos, was auch immer. Und Facebook zeigt auf einmal dann Postings von Menschen an, die sagen, okay, hey, wir haben ein Faceless-Konzept. Bei uns kannst du Geld verdienen einfach faceless. Hast du schon mal nachgedacht? Also vielleicht kannst du kurz mal auch stoppen hier. Es ist Wahnsinn, was hier dann neu passiert ab Dezember 2024, weil wir genau Menschen erreichen, die fallen uns zu. Und das sind die relevantesten Kontakte, das sind die besten Kontakte, die es gibt. Was musst du dazu machen? Es ist nicht so, dass du jetzt die Leute anschreibst, sondern du erstellst Inhalte. Wichtig dabei ist aber, und da möchte ich dir was zeigen in der nächsten Folie, und zwar, wichtig dabei ist es, es gibt sogenannte KI-Regeln. Das heißt, Facebook hat einen Kriterienkatalog, also genau stellt, wo sie sagen, okay, das sind unsere Regeln, damit du über die künstliche Intelligenz empfohlen wirst. Dein Profil, deine Seite, deine Gruppe, was auch immer. Das heißt, dein Content, dein Inhalt. Und diese Regeln, die habe ich von Facebook direkt bekommen, die sind sehr, sehr umfangreich, und habe sie in Network Marketing Latein übersetzt. Das habe ich genau geschaut, okay, was ist da wichtig für Network Marketing, was muss man machen? Und ich habe hier einen Workshop gehalten, und die Teilnehmer, niemand, kein einziger von den Teilnehmern, da waren hunderte dabei, wusste das schon. Das heißt, wir brauchen die Facebook KI-Regeln, die sind im Speedinar, ich verlinke dir dann alles unterhalb von dem Video, das heißt, wenn du im Speedinar bist, also im Bonusbereich vom Speedinar, befindet sich die Facebook KI Masterclass, da sind zum Beispiel die Facebook KI-Regeln drinnen. Dort ist aber auch dringend, also unsere Zoom-Trainings etc. und natürlich Inhalte. Wie kann man Inhalte erstellen? Weil jetzt geht es ja darum, was jetzt? Es geht darum, dass du wirklich lernst, Inhalte zu erstellen. Und Inhalte für diese künstliche Intelligenz, die ist schon aktiv. Das heißt, diese künstliche Intelligenz ist in deinem Facebook-Account aktiv, das ist eine Erweiterung sozusagen, früher vom Algorithmus, nicht zu verwechseln mit der künstlichen Intelligenz, die zum Beispiel Postings erstellen kann oder Bilder erstellen kann. Diese künstliche Intelligenz Intelligenz aus Datenschutzgründen kommt die in der EU erst später. Das hindert uns nicht daran, weil das ist nicht wirklich wichtig und nicht wirklich gut, weil Facebook möchte ja, dass wir die Inhalte selbst erstellen, das ist so. Und hier lernst du die sogenannten Relevanz-Kriterien, was sehr, sehr wichtig ist zu verstehen. Es gibt Relevanz-Kriterien. Das heißt, Facebook kann ja, wenn es zwei Postings hat, nur eine Relevanz herstellen, wenn es gewisse Kriterien gibt. Und diese Kriterien lernst du dort auch in dieser Facebook-KI-Masterclass. Also das ist dann der Durchbruch. Und jetzt, wenn du sagst, okay, ja Willi, klar, hast du es selber gemacht, wirst auch nur das Beste erzählen. Unterhalb von diesem Video verlinke ich dir ein Posting, wo die Leute, die das schon gesehen haben, hier nur ein Teil davon, hunderte sind das, reingeschrieben haben, wie sie das finden. Du kannst die Leute anschreiben, es ist alles sehr, sehr transparent. Du siehst, dass da auch viele Leute dabei sind. Und auch vom Content-Generator werde ich dir das verlinken. Ich hoffe, ich vergesse nicht. Also, das sind wirklich sehr, sehr gute Nachrichten. Die solltest du weitergeben in deinem Team, weil hier tut sich wahnsinnig viel. Und ich empfehle dir wirklich, dass du aufhörst, mit Leuten kontaktieren, mal Produkt-Postings zu machen oder sonstiges, weil das wirklich nichts bringt. Also, unterhalb von dem Video findest du alles Rocky, dein Willi. Ciao, ciao, bye, bye.